Ah, Julian F.M. Stöckel, hier kommt. Mein Name ist Julian F.M. Stöckel. Das ist eigentlich das Personal, wenn man es braucht. Und ich lebe seit meinem 18. Lebensjahr davon, Julian F.M. Stöckel zu sein. Was der jetzt genau macht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe eigentlich alles gemacht, was es im deutschen Fernsehen gibt. Jetzt ist es so, dass die Produzenten und der Sender so sehr mich bedrängt und beschenkt haben, dass ich dann irgendwann aus meinem Elfenpalast heruntergekommen bin und Ja gesagt habe. Eigentlich hasse ich Cluburlaub, wenn denn die Leute morgens um 8 schon ihre billigen Handtücher auf die Liegen legen. Aber da man sich ja auch immer eines Besseren belehren lässt, kommt es ja immer darauf an, mit wem du diesen Cluburlaub machst. Ah! Also ich bin niemand, der jetzt mit einer großen Negativität an die Dinge geht. Aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, ja, ich werde gewöhnt. Das jetzt nicht. Also wenn ich merke, jemand jagt das Geld und den Sieg wahnsinnig, dann sage ich, bitte, lieb es, nimm es, bitte.